Im Juli will der Bauer lieber schwitzen, als untätig hinterm Ofen zu sitzen. Herzlich willkommen zur irgendwas in der 80. Folge. Vor mir sitzt Hannes, ich bin Jan und sag Hi. Ganz plump heute. Ich glaub 79 ist es. Nee, ich glaub wir sind schon in der 80, Hannes, Alter. Also, wir sind in der guten 30er. So ein kleiner Mitwein, so ein kleiner 30er. Aber ich glaub wir sind in der 80. Folge. Guck jetzt sogar nach. Meinst du? Ja. Meinst du, das gab... Wir sind in der 85. So kalte Juli... Oh. Meinst du, das gab so kalte Juli-Tage, dass man mal in den Ofen... Ja. Ja. Das gab jetzt im Juni auch, ich weiß das gar nicht, das waren zwei Tage, da waren nachts dann um die 11 Grad gewesen. Da hab ich überlegt, ob ich einen Kamin anwerfe. Das war kalt. Googelst du nach? Mhm. Ähm... Kältester Juli? Ja, kältester Juli-Tag geht aber noch, Janni. Ist der 4. Juli 1962 geworden, nur 11,6 Grad. Geht ja noch. Ist auf jeden Fall keine Temperatur, um den Ofen anzuwerfen. Nein. Ey, also da kann man doch noch kurz rausgehen. Ja, unten. Da kann man noch kurz rausgehen. Apropos kurz rausgehen. Viele Grüße gehen an Daniel P. raus aus meinem Studium. Pass auf. Daniel P. Der hat immer kurze Hose getragen, auch im Winter, auch bei Schnee. Und immer T-Shirt, das war so ein Typ, der nie gefroren hat. Aber den guckt man schon komisch, als wenn man selber da mit seiner Zwiebeljacke rumrennt, also drei Schichten System. Ja, ist so, ist so, aber der Typ, der war auch total krass, der hatte übelst den guten Noten durchstellt, war aber im Feiern der Beste und dem hättest du auch nicht ange... Also, na, angesehen jetzt nicht, denn nicht vom Äußerlichen, sondern angemerkt, angemerkt ist das richtige Wort, weil der war halt so richtig locker drauf. Und der war mir mal im Studentenclub feiern, Janni, war auch eine richtig gute Party. Und dann ruft der, ruft mich am nächsten Tag so eine, äh, eine andere Nummer an. Ich gehe ran. Ja, moin, hier ist Daniel. Ich sage, Daniel, was ist los? Sag mal, Hannes, war ich hinterher noch bei dir? Ich sage, nee, wieso? Wir sind vor dem Club und dann bist du nach Hause. Na, ich habe alles verloren. Ich habe kein Handy mehr, kein Portemonnaie mehr. Ich habe keinen Schuh mehr, keine Socken mehr. Ich sage, wo ist das? Ja, weiß ich auch nicht, sagt er. Pass auf, das war aber nicht richtig. Da war 20 Zentimeter Schnee in der Nacht. Und auch minus 10 Grad. Also war richtig eine kalte Nacht. Minus 10, vielleicht auch minus 15. Naja, pass auf, ich sage, du, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Muss vielleicht ein anderer mal oder so. Na, vielleicht ein anderer mal nicht, aber muss dich später nochmal melden. Und dann ruft er mich abends an und sagt, ey, Hannes, ich habe meine Sachen wiedergefunden. Ich sage, und, wo war das denn? Ja, pass auf, das war auf einer Parkbank auf dem Weg nach Hause. Da standen die Schuhe, standen ordentlich unter der Bank, die Socken lagen da drüber. Popmann, nee, habe ich an der Seite hingelegt. Und der Abdruck war so, als hätte ich da kurz geschlafen. Du musst dir vorstellen, in so einer kalten Nacht hat er sich da kurz hingelegt und gepennt. Man kann auch in die Hose gehen, ne? Ja, klar kann er in die Hose gehen, ne? Aber, und dann ist er auch barfuß nach Hause gegangen. Und dann sage ich zu ihm, und Füße, alles noch gut? Du musst ja dann Verfrierung haben. Nö, alles gut, gar nichts, so weiter. Alter, das war ein krasser Typ bei der Kälte. Aber das war auch eine geile Party. Nur woran liegt das? Läuft die Pumpe besser, dass die Arme, die Beine, die Beine durchblutet sind? Woran liegt das? Ich weiß es auch nicht. Ich hatte einen in der Schulklasse, ich hatte Tommy. Tommy, der hat immer kurz angehabt. Also, ich glaube nicht mal, dass der Typ eine Jacke im Schrank hat. Und sein Vater, der ist noch krasser. Ich glaube, sein Vater hat mir auch mal erzählt, dass er keine Jacke hat. Der hat immer kurze Hemden angehabt. Also, du standst mit dem draußen. Das war herbstkalt, keine Ahnung, ein, zwei Grad. Und du hast da mit deiner Jacke gestanden und gefroren. Und der stand da im T-Shirt. Und da hast du den angefasst. Und dann war der richtig heiß. Wie? Das ist halt so diese Vorstufe zum X-Man, weißt du, zur Mutation. Das ist bei manchen Menschen irgendwie dann... Ja, was haben die dann reingekreuzt? Magma oder was? Ja, irgendwie so. Lavados. Nee, aber weißt du, was ich meine? Dass manche Menschen halt, die sind halt ein bisschen schlauer. Die haben dann Inselbegabung. Manche, dat, dat. Und dat sind die ersten Mutanten? Ich weiß nicht, viele sagen ja dann auch immer, dat liegt vielleicht an so ne... an ne Fettschicht und so, weil dat ja auch polstert. Aber weder Tommy noch sein Vater sind korpulent. Das sind große, schlanke Menschen gewesen. Also, daran liegt dat definitiv gewesen. Sind dat immer noch. Sind ja noch da. Grüße gehen raus an Tommy. Ich sag, dat sind die ersten X-Men. Einfache Erklärung. Minster? Das gibt ja auch... Zum Beispiel, bist du ein Saunatyp? Kannst du dich in eine Sauna setzen? Magst du sowas? Ich kann, aber... Ich kann dat, ja. Ich setz mich da auch hin und schwitze da ne Runde ab. Aber dat ist jetzt nicht meine Leidenschaft. Meine Eltern hatten sich damals einen in den Keller bauen lassen. Also, ich hab ja im Keller... Also, Keller ist ja die unterste Etage bei uns gewesen. Tatsächlich. Also, untererdig oder wie man sagen mag. Aber dat war halt bei uns ne vollwertige Etage. Und da hab ich drin gewohnt. Ab meiner Teenie-Zeit. Total geil, Janni. Ich hab ein Wohnzimmer gehabt. Äh, ne Stube. Und ein eigenes Bad. Und in dem Bad war ne Sauna drin. Ich sag mal so, zur Teenie-Zeit hab ich die auch mit ein, zwei Mädels genossen. Das war auch ganz okay. Das war auch so ein kleiner Bringer, dass man die hatte. Aber ich hatte nie einen Anreiz, da irgendwie reinzugehen. Obwohl die permanent und immer da war, Jan. Ich war nie ein Saunagänger. Ich hab dat nicht gefühlt. Ich bin wie so ein kleines Kind. Ich hab die Hände vor mir Sicht. Atme immer ganz doll so. Und Nadine sagt nach fünf Minuten, ich hab die Fresse voll wehen raus. Ja, hätt ich auch, Alter, wenn du die ganze Zeit da so sitzt. Nee, ich kann dat tatsächlich. Null. Also mich stört's auf dem Feld nicht. 47 Grad in der blanken Sonne. Alles kein Problem. Das stört mich nicht. Stört mich null. Juckt mich nicht. Schwitzig ein bisschen. Ist wie es ist. Aber in der Sauna, das ist wie ein Brett im Gesicht. Kann ich nicht. Geht überhaupt nicht. Apropos juckt mich nicht. Das passende Shirt dafür findet ihr bei Landwild in der Forum Shop. Du bist so schlecht. Ach ey. Hannes. Aber ich, also diese, nee. Nee, also ich mag diese Hitze und spüle Warme überhaupt nicht. Und dann hab ich noch die Eigenschaft, Janni, ich schwitze am meisten als erstes an den Knie. Vorne oder hinten in der Kehle? Vorne. In der Kehle gar nicht. Vorne. Kann man denn an den Knie schwitzen? Jan, du musst dir vorstellen, ja, die sind klatschnass und da laufen die Tropfen runter. Und das ist so, als wenn dir die Fliegen die ganze Zeit über die Beine laufen, weil das ja, das kitzelt ja so ein bisschen. Also, nee, also schwitzen, vor allem wenn mir warm ist, also wird auch kein Lüft hier oder so, echt, das ist die Hölle. Nur dann kannst du doch so eine, was die Basketballer auch an den Armen haben, machst du dir einfach an den Knie. So eine Bänder. Ja, dann klatsche ich ja noch mehr. Naja, doch. Die fangen aber auf. Das riecht doch irgendwann so gummiartig. Nimmst du ein neues. Vielleicht doch bald im Shop bei MV. Wie küsst du das, oder was? Wie? Vielleicht doch bald im Shop in MV. Aber auf jeden Fall, und das Schlimmste ist noch, wenn ich Jogginghose anhabe oder so. Digga, die sind klatschnass, die kleinen Dinger. Nee, ich mag das. Bei mir ist zum Beispiel, wenn das kalt ist, gehe ich nicht raus. Im Winter ist die Zeit, oder so auch im Herbst, wenn es viel regnet, ist die Zeit, wo ich mich so gut wie nur drinnen aufhalte. Weil ich keine Lust habe, da irgendwie draußen was zu machen. Null. Ich meine, wenn man so über Tage draußen ist und draußen was macht und gewöhnt sich so an eine Kälte, dann hat das was, weil ich glaube, das hat auch was gesundet. So kalte Luft und so. Aber wenn du immer nur in eine Bude hockst und dann gehst du mal einmal raus, dann ist das immer eklig kalt. Und dann gibt es ja auch, weißt du, dann gibt es ja ein eklig kalt oder dann gibt es ein angenehm kalt. So ein trockenes Kalt mit Sonne und so ist ja auch schön. Ja. Nee, das gibt eigentlich nur warmes Schön. Ich glaube, dass ich... Was ist denn deine Lieblingstemperatur? Ach so, 25, 30 Grad finde ich schon gut. Ich mag das warm. Nee, das ist viel zu warm. Also ich sag mal so, ich mag 24 bis 27. Nee, das kann ruhig warm. Ich neige nicht zum Knieschwitzen, weil mir geht das. Ich mein, du hast auch mehr, deine Knie haben auch viel mehr Bodentemperatur, äh, Bodenkühler. Die sind ja 10 Zentimeter unter meinen. Meinst du, die stoppeln Streifen dran, zum Abwischen? Ja, genau. Und deswegen ist halt bei dir so ein bisschen windig. Weißt du, die Stoppeln, er hat noch angeschnitten, trotzdem streifen seine Knie. Kennst du das, wenn du Raps trischst und dann hast du kurze Hosen, steigst ab und denkst du dir, mh, warum, du Idiot? Ich hab dieses Jahr die Kinder am Raps mitgehabt, die hab ich erstmal rübergetragen. Also, unnormal. Und kurze Hose und dreimal durch und alles blutig schon wieder. Ja, Raps, also nee. Aber die eine Stelle hättest du ja auch kurze Stoppeln dreschen können, dann zum Einsteigen. Hätt man machen können, ja. Macht man aber trotzdem nicht. Manche Dinge verfallen dann auch zu spät. Ja. Ich hab da letztens mit meinem Nachbarn ein bisschen erzählt, über, also einen Landwirt. Also Nachbarbetriebslandwirt, nicht hier ein Nachbar, der neben mir wohnt. Und da hat er mir so erzählt, ja, und sein bestes Jahr war mal Hafer hier auf dem einen Stück, da hat er acht Tonnen Hafer geerntet. Ja, und das war noch, ich weiß gar nicht, also da hat er gesagt, war das noch DDR-Zeit oder Anfang der 90er? Und dann hat er gesagt, der Drescher konnte nicht langsamer fahren, war schon erster Gang und dann ist der ständig verstoppt. Dann hab ich zu ihm so in dem Moment gesagt, ja, warum hast du nicht halbe Schneidwerksbreite genommen? Und dann sagt er so, ja, sind wir damals nicht drauf gekommen. Und hinterher ist man immer schlauer. Ja, aber manchmal liegt das auf der Ogen. Weißt du, da ist, da kommst du nicht drauf. Ja, die einfachsten Dinge fallen mir manchmal nicht ein. Das ist so. Das habe ich mit Lisa aber auch öfter mal. Und dann guckt Lisa mich auch immer so an und sagt, manchmal merkt man nicht, dass du der Schlauere bist von uns. Aber es ist auch wirklich, die einfachsten Dinge fallen mir manchmal nicht ein. Ne, das ist manchmal zu einfach. Man denkt dann vielleicht zu kompliziert. Für euch Leute, 27.07. 7.33. Morgen kommt der Podcast raus. Wir haben es geschafft. Aufgrund von Regenpause, nenne ich es mal. Sonst wären wir ja eigentlich wahrscheinlich eher schon unterwegs draußen. Bei mir regnet es schon. 7.34 geht so bei mir noch nicht so. Na doch, langsam zum Betrieb. Also aufstehen jetzt langsam zum Betrieb. Mähdräucher sauber machen. Ich mache den dieses Jahr selber sauber, Hannes. Die letzten Jahre war das ja immer so, das hat Jens glaube ich immer angenervt. Also denke ich, haben wir nie drüber gesprochen, dass ich ein bisschen später gekommen bin. Und da wusste das schon raus. Dies Jahr ist nicht so viel Druck, dann nenne ich es mal. Ich mache den jeden Tag selber sauber. Und das ist so, das ist einfach eine Kackaufgabe. Das ist am Tag die beschissenste Aufgabe. Beim Mähdräucher. Ich hasse es. Ich auch. Ich hasse es. Vor allem, ich habe dann auch so mit Allergie zu tun. Und egal, wie gut ich mich schütze. Also ich habe mit selbst eine Brille, Mundschutz, volles Programm. Ich habe Ohrenstöpsel auch drin, wegen dem Dreck. Ich habe mal Ohrenentzündung vom Mähdräucher auspusten gehabt. Ja, ich brauche das eigentlich auch. Aber ich habe mir jetzt wieder neue Anzüge bestellt. Die waren alle Ganzkörperanzüge. Ich hatte jetzt, weißt du noch, wir waren doch hier mit den beiden anders. Mit den Mädels waren wir doch. Ja, bei dem Milchhof da. Ja, da gab es doch diese Lerma Fullwood-Anzüge. Schöne Grüße gehen raus. Hashtag Werbung müssen wir ja machen, weil wir die umsonst gekriegt haben. Und da habe ich mir eine in 3XL mitgenommen, weil den kann ich über meine Klamotten mit rüberziehen. Ist so ganz geil, aber du hast halt nichts für den Nacken. Also dadurch ist der Nacken auch ziemlich frei und dann rutscht das dahinter. Auch nicht so geil, aber so zum Reparieren und so ganz gut. Also würde ich reparieren. Aber so ganz gut. Aber ich habe mir jetzt wieder die Ganzkörperanzüge geholt, die weißen. Ich mache das anders. Ich habe einmal Klamotten da, ein T-Shirt, eine kurze Hose. Richtig dreckig mittlerweile. Die wechsle ich einmal die Woche. Und gehe dann aber nach dem Auspusten direkt duschen. Also ich ziehe das dann aus, gehe dann duschen und ziehe mir meine normalen Klamotten wieder an. So mache ich das. Ja gut, das duschen kann ich ja nicht. Ich habe ja keine Dusche auf dem Betrieb. Einen Rasenschlauch? Habt ihr Wasser? Ne, also ich mache ja meine Maschine abends fertig. Ach so, ja, okay. Dann gehst du. Dann fahr ich nach Hause und komme am nächsten Tag super frisch auf die Maschine. Setz mich nur noch rauf und fahr los. Und dann ist es eigentlich dafür los. Und wir machen ja morgens sauber. Und du bist ja einmal komplett schwarz. Das ist ja wirklich so, die Arme ist voll, das Gesicht hängt voll. Weil alles, was nicht geschützt ist, sag ich mal, außer jetzt von einer Brille oder von einer Atemschutzmaske, ist ja wirklich dreckig. Und so willst du dich aber auch nicht den ganzen Tag dann zwölf Stunden reinsetzen. Hast du keinen Bock. Deswegen haben wir irgendwann mal eine Dusche eingebaut. Und das wird auch definitiv genutzt. Jens geht abends immer duschen. Ich gehe dann morgens nach mal auspusten duschen bei uns. Aber dieses Jahr habe ich sowieso das Gefühl, das ist extrem doll staub. Obwohl die Bestände ja nicht überreif sind oder so. Also selbst in dem Punkt, wo man sagt, jetzt sind sie reif, genau ab der Stunde jetzt, hat es direkt krass gestoßen. Aber jetzt ist alles mürbe. Ich finde, das Stroh ist so mürbe dieses Jahr. In der Gerste schon begonnen. Das war so mürbe. Ja, Gerste war sehr mürbe. Weizen war noch nicht mürbe. Da war mein Ansatz noch leicht grünschimmig. Also schimmerig. Ist jetzt natürlich vorbei. Aber als ich die ersten Tage durchschnittlich habe, hat man auch gemerkt, so ein bisschen beim Rotor und mit dem Verlust, das merkst du ja schon im Rotor sehr doll. Bei dir ist das ja schon vorgekaut, wenn das durch den Rotor geht. Bei mir ist aber, was ich gestern oder heute merke, weil du sagst Allergie, bin eigentlich nicht so anfällig auf diesen Staub. Aber heute habe ich richtig krass das Hals kratzen, augendick, ogendick. Und hier muss mir andauernd Räuspern, wir haben Hafer gedroschen gehabt und den Hafer, da reagiere ich doch leicht drauf. Und ich habe das ja damals schon gemerkt, als ich Nadins Hafermilch mal probiert habe und die merkte, oh Gott, kratzt ganz schön am Hals das Zeug. Also Hafer muss ich eine leichte Allergie haben gehen. Wie zwei Rentner, die sich erzählen, was sie alle für eine Wehwehchen haben, aber bei mir ist das, ich glaube, bei mir ist das einfach der Schwärzepilz. Weil umso schlimmer wird es, je länger die Ernte wird und wenn nachher der Raps so richtig pechschwarz ist, dann habe ich das Gaumjucken der Hölle. Also da hilft auch keine Lorano mehr, da hilft gar nichts mehr. Rausschneiden, Gaum? Und dann habe ich das auch tagelang. Wie? Den Gaum einfach rausschneiden? Wofür wird der benutzt? Wofür brauchst du diese kleine hängende Säckchen? Nee, das ist doch nicht der Gaum. Doch, das ist der Gaum. Nee, der Gaum ist das oben, wo die Zunge gegendrückt. Die obere Wand, ja. Aber wie nennt man das hinten? Also der Gaum ist quasi die Reibeplatte der Zunge. Die Gegend schneide. Ja, aber... Da heißt... Ich habe das Ding immer Gaum genannt hinten. Das heißt irgendwie Zippel. Wula. Wie heißt denn das nochmal? Wie? Wula? Nee, Wula hört sich ganz falsch an. Wula. Wula. Man. Wie? Wula. Nee, so hört sich das nicht an, Jan. Zäpfchen heißt das Ding. Zäpfchen? Ja, das mag ich. Aber das kann man auch Gaumenzäpfchen. Also ich nenne das immer Gaum. Ja, Gaumenzäpfchen. Damit man weiß, wo es sitzt. Gaum. Damit auch nicht dein Unterricht Zäpfchen bei dir gemeint ist. Oder hier habe ich was anderes gefunden. Auf Englisch heißt es Zwolen. Zwollen. S-W-O-L-L-E-N oder Wula. Das heißt wirklich so. Ach, hier gibt es Bilder, die will ich gerade nicht sehen. Oh, nee. Ja. Aber wozu ist diese Zäpfchen da? Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht, jetzt wo wir mal schon in deinem Mund unterwegs sind? Ist es nicht für die Stimme da? Nee. Das sind die Stimmbänder, die dafür da sind. Ja, aber hat das nicht auch eine Auswirkung darauf? Ja, wozu ist es da? Jetzt antworte mir. Ich frage euch, Leute. Nee, das müssen wir jetzt schnell noch beantworten. Zäpfchen, Gaumen, wozu? Das Gaumenzäpfchen ist zwar ein kleiner Teil, erfüllt jedoch eine wichtige Funktion für die Mundgesundheit und der allgemeinen Wohlbefinden. Es reguliert den Luftstrom beim Sprechen und Schlucken und schützt vor Infektionen und spielt eine Rolle in der Immunabwehr. Das kleine Ding. Aha, aber siehst du, denn mit Luftstrom, dann ist es doch tatsächlich für Sprechen. Also hat es auch Auswirkungen auf Sprechen. Weil gar nicht so weit weg. Man kann sich auch alles wieder schönreden. Kann man natürlich. Ah, und hier das Gaumenzäpfchen bei Berührung den Würgereflex hervorruft und dadurch verhindert, dass Fremdkörper in den Rachen gelangen. Hast du keinen Würgereflex mehr? Nee, der entsteht aber auch teilweise schon schon, schon, schon der entsteht aber schon teilweise früher, oder Jan? Ich weiß nicht. Weil, doch. Also wenn ich mir einen Finger im Mund stecke, dann komme ich da nicht gegen. Ja, weil vielleicht hat der so einen sechsten Sinn irgendwie. So einen Spiderreflex. So einen Auge. So einen Spiderreflex, weißt du? Kommt schon vorher. Da kommt ein Finger. Außerdem, wenn der unerwartet kommt. Na, guck mal, du weißt ja, du schiebst dir gerade einen Finger im Mund. Ja, aber was ist denn, wie krass ist das eigentlich? Man berührt nichts, aber der Würgereflex kommt. Aber wenn jetzt zum Beispiel, du guckst jetzt in die andere Richtung oder machst die Augen zu und da kommt, naja, du bist eine Hirni. Du steuerst deine Hand mit deinem Gehirn. Jetzt guckt der zur Seite und schiebt dir den Finger in den Hals. Aber was ist besser geworden? Das muss diese Bauernschleue sein, vor der immer alles sprechen, was da gerade passiert. Das ist so ein blöses, wie der Blick nach rechts. Das war wirklich gerade ein stupfer Moment von mir. Wie sagt man so schön? Manchmal ist einfach Licht an, aber keiner zu Hause. So, jetzt haben wir 20 Minuten schon wieder ohne Thema verbracht. Wir gehen kurz in eine landwirtschaftliche Sparte. Ja, nee, deine Top 3. Deine Lieblingskulturen. Weizen. Ja, ich mag Roggen. Ich kenne den Betrieb nicht ohne Roggen. Weizen, Roggen. Schwierig. Tridikale. Weil sie sich einfach auch geil drischen lässt. Wenn sie reif sind. Tridikale. Doch, wenn du die gut ausgedroschen bekommst, macht eigentlich auch Spaß. Vor allem sind sie auch gleichmäßig. Das nicht so hoch, runter, hoch, runter. Meist kein Lager. Aber Erbse ist jetzt nicht irgendwie hochgerückt mit mal als spontaner Fahrrad oder so. Nee, Erbse ist gar nicht nach oben gerutscht beim Dröschen. Obwohl, Erbse sind total geile Kulturen. Obwohl ich sagen muss, die Jungs, die werden das hier nicht hören, aber Props an die. Die haben echt gut Steine gesammelt. Die haben mir dieses Jahr noch nicht einen Stein gefangen. Nichts. Null. Nader. Und die schneit echt tief. Liegt vielleicht da dran, dass du kaum Steine hast auf deinen Flächen? Ich bin nicht steinreich, so wie in Mecklenburg. Halt nicht so ein, wie nennt man das, hier sagt man, kein G-Klassenbauer. Aber, also ich sag mal so, wenn ich für Steine Geld bekommen würde, würde ich nicht mehr zur Arbeit gehen. Bei dir ist es doll, ne? Alter, bei mir ist das so krass doll. Das ist, das ist das Wahnsinn. Also ein HW80 aus 800 Hektar bei uns, was wir runterholen. So circa, Pi mal Daumen. Überleg mal, wir haben ein Stück Jungfernholz und Jungfernholz ist 23 Hektar. Da sammeln wir ungefähr drei Tage lang und haben ungefähr zwei HW80 an einem Stück. Aber gut, deswegen ist es auch, übrigens auch ein Grund zur Direktsaat zu gehen, aber Direktsaat, jetzt habe ich mir eine Zinkensaatmaschine geholt, die holt ihr raus. Ja, die holt ihr auch noch. Genau, aber selbst die Novak hat Steine bei mir rausgeholt. Also das ist, also wahnsinnig steinig. Deswegen wieder ein Grund, zurück zum Flug zu gehen, mit Packer hinten. Hast du auch kein Steinproblem? Nee, die haben die trotzdem rausgezogen. Also du meinst ja nur die, die so kopfgroß sind und so. Nee, also wenn wir, wenn wir flügen und mit dem Packer fahren, haben wir keine Steine. Die drückst du ja zurück. Ja, nee, weil deine zu klein sind, die Steine. Was hast du denn da? Na, ich habe alles. Ich habe von Faustgroß bis ein Vier-Meter-Gropper-Machtler-Ola-Welle. Nee, unsere sind schon so, also so maximal bis 50 Kilo, würde ich sagen. Die Größe. Nee. Also wir haben auch welche, ich habe mir ein Striptil welche hochgeholt, die sind Meter 50. Jo. Da wurden drei Schare und dann haben die den so nach oben rausgezogen. Also so eine Dinger und wir haben welche über die Jahre gehabt, Jan, die haben wir nicht vom Acker gekriegt. Da haben wir einfach ein Loch gebuddelt und die reingeschoben und Erde wieder rüber gemacht. Ja. Wenn der 9RX, kennst du das Bild hier, wo der 9RX gezogen hat und das trotzdem, oder hat den durch den ganzen Acker gezogen. Da gab es doch mal ein Bild irgendwie. Da war ein 9RX am Stein dran und hat den durch den Acker gezogen. Da war eine Riefe im Boden drin. Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Vielleicht finden wir das irgendwann mal. Oder Zuschauer kennen das auch. Zuhörer, die gucken ja hier gar nicht zu, Hannes. Die können hier ihre Ogen für was anderes benutzen. zum Beispiel können sie zur Seite gucken und versuchen, haben sie den Bürgerreflex ausgelöst. Aber Steine ist tatsächlich, also ist ein Wahnsinns-Thema und das ist, glaube ich, das bringt auch einige Maschinen, wie wir auch gesehen haben, bringt das auch ein bisschen an den Grenzen, wo wir das Vollmer ja im ersten Jahr hatten. Da war das ja auch so, wo sie gesagt haben, oh, das hatten wir aber auch noch nicht so viele Steine. Apropos, wo sie gucken, Hannes. Das wollte ich eigentlich in den letzten Podcast mit reinnehmen. Hast du auch aus der Welt ein paar Nachrichten bekommen von Zuhörern des Podcasts? Wir haben noch irgendwann mal ganz kurz, haben wir... Ein paar Mädels hatten wir geschrieben wegen ihren Lieblingssorten. Nee, wir hatten noch mal ganz kurz angeschnitten, da habe ich doch hier die Karte aufgemacht. Wir sehen doch, wo die ganzen Streams und Downloads unseres Podcasts sind. Ja, genau. Und da haben mir Leute aus Chile, aus Australien, aus Kanada geschrieben. Australien hat mir auch eine geschrieben. Meinte, die Statistik lügt nicht, das bin ich. Ja, genau, genau. Jetzt wollte ich da mal ganz kurz noch mal drauf eingehen und mir mal so ein paar Länder rauspicken, Johannes. Ihr habt das hier offen, das ist ziemlich geil. Da gehst du so mit der Maus rüber über das jeweilige Land, dann steht auch welches und dann sehen wir, wie viele Downloads da waren. Und ich mache jetzt mal ein kleines Ratespiel. Ich nenne jetzt dir mal drei Länder und du sagst, wie viele Downloads. Du kennst diese. Kennst du das Bild? Nee, ne? Gut. Nee. Wir fangen mal an mit Brasilien heute. In welchem Zeitraum die Downloads? Äh, die letzten 30 Tage. Alles die letzten 30. Deswegen mach, geh nicht von zu viel aus, denk dran. Also ich nenne dir mal, pass auf, ich sag dir mal, das sind weit über 100.000 nur in Deutschland. Aber der Rest ist natürlich, das ist... Ja, aber er zählt ja jeden Downloads quasi, also wenn einer zum Beispiel zehn Folgen hört, dann sind es jetzt zehn Downloads, richtig? Äh, das zählt als Downloads oder Streams? Nee, es zählt als einmal dann. Ein... Ja, einmal, aber wenn einer zehn Folgen hört, das weiß ich nicht. Dann haben wir zehn Downloads. Ich kann ja auf Informationen gehen. Doch, ist so, Janni. Über der Weltkarte kannst du erkennen, in welchen Ländern der Podcast gehört wird. Ich sag Brasilien 13. Nein, es zählt als Podcast. Es zählt als Podcast. Also derjenige hat unseren Podcast gehört, egal welche Folge. So zählt's. Ach so. Was hast du gesagt? Vier. Vier. Vier, denn... Ja, also jetzt... Erst hab ich 13 gedacht, aber jetzt sag ich vier. Es sind sechs. Jetzt, pass auf, direkt daneben liegt ja Paraguay. Wie viel in Paraguay? Paraguay wissen wir teilweise nicht. Sag ich sieben. Da sind es sogar 15. Also es müssen mehr Zuhörer in Paraguay unterwegs sein. Jetzt machen wir mal Südafrika. Wir gehen mal die Kontinente so ein bisschen lang. Oh, Südafrika. Also Paraguay ist vielleicht auch wegen Urlaub? Denke ich auch. Das ist hier zum Beispiel Tunesien ist ja ein Urlaubsgebiet. Ägypten werden auch ein paar Downloads und so. Das sind Leute im Urlaub, da bin ich mir sicher. Aber Südafrika... Könnten auch Landwirte sein, die dort leben? Südafrika sag ich fünf. 173 aus Südafrika. Was ist denn da passiert? War da eine Schulklasse? Oder was? Ja, die haben alle im Bus nicht mit Lautsprecher, sondern einzeln, weißt du? Es sind schon 20. Einzel. Nein, ich glaube in Südafrika ist es wirklich so, dass Deutsche dorthin ausgewandert sind. Also Leute aus Südafrika, hier sind 173 Downloads. Erzählt mal, warum ihr da seid. Das interessiert mich wirklich. Wir gehen rüber. Australien, Hannes. Na, Australien wissen wir selber, dass wir da viele, viele nicht, aber dass wir da Erntehelfer haben, die da immer wieder am Fahren sind. Australien, würde ich sagen, sind 40. 109 sogar. Okay. Jetzt pass auf, da weiß ich es nicht. Jetzt aber mal Indien. Du weißt ja, einige Influencer, die pushen ja mit Indien ein bisschen. Bei uns sind es auch. Ja, die haben komischerweise ganz viele indische Follower. Das kann man sich auch immer schwer erklären. Aber da haben wir auch ein paar mehr Klicks. Das ist jetzt nicht all die Welt, aber warum auch immer. Okay, aber dann würde ich sagen, ein paar mehr sind dann wahrscheinlich 400. 543 aus Indien. Okay, grüße an unsere Inder. Ja, aber... Oh, du bist ein Kunde. So, wir gehen noch mal rüber nach Nordamerika. Kanada? Wissen wir auch, dass wir ein paar Erntehelfer da am Fahren haben. Also von daher hätte ich in 200 gesagt. 121. Aber jetzt kommen die Vereinigten Staaten. 1.000. Nee, 553. Aber es sind Mexiko. Wir haben sogar in Mexiko eine Statistik. Da halte ich fest. 13. Einer. Einer hat Bock. Der hört uns, während er so ein bisschen die Coca-Pflanze zupft. Der hört uns, wenn er über die Grenze wandert, weil es heimlich und hier die Drogen bringt. So, jetzt geht es weiter Richtung... Wir haben Russland sogar mit drin. 40. 15 in Russland. 15. Machen wir noch zwei. Wir machen noch eins in Asien, würde ich sagen. Japan. Denke ich auch, nur sind wir die Urlauber in sechs. Zwei. Denke ich auch. Also ich würde auch sagen, dass die beiden Urlaub machen. Dann haben wir noch... Ja, machen wir hier noch ein bisschen was. Schweden. Haben wir auch Nordkorea. Warte ganz kurz, ob da Licht an ist, muss ich gucken. Nee, ist aus. Aber warte mal, Südkorea ist auch keiner. Doch! Südkorea! Wir haben zwei Leute aus Südkorea. Zwei Leute aus Südkorea. Würde ich auch sagen, es ist nicht... Ja, es sind doch Urlauber. Safe. Wir haben auch, also ich nenne mal ein paar Länder, nur Thailand, Kambodscha, Zuhörer, Philippinen, Indonesien sogar 19. Aus Neuseeland sind es neun. Wir haben noch in... Aber Indonesien, glaube ich, ist halt sowas wie Bali. Das Urlaub. Safe. Safe ist das Urlaub. Hat mir letztens gerade einer im Stream erzählt, der kommt von Bali jetzt nach. Iran haben wir einen. Wir haben in Saudi-Arabien haben wir Syrien einen. Saudi-Arabien vier. Wir haben in Namibia vier. Wir haben sogar in... Na, in dieses... In Frankreich haben wir 58. In Peru haben wir einen. Ist Safe auch ein Urlauber? Aber in Island haben... Frankreich habe ich aber mehr gedacht. Guck mal, die ganzen Klaas-Mitarbeiter, die ins Werk müssen. Mal kurz zum Gucken, zum Serion. Island sind vier. Nee, Serion wird ja in Deutschland gebaut. Wo wird der Serion gebaut? Der wird in Hasewinkel gebaut. Ah, Aktion? Aktion ist Le Mans. Le Mans. Island haben wir vier Leute. Dann Norwegen zählt aber... Grönland haben wir kein. Norwegen haben wir 41. Tunesien 14. Ägypten 14. Das sind die Urlaubsländer. Türkei 101. Weiß ich nicht, ob es auch... Ja, Urlauber. Italien 243. Das ist so der Top-Land noch mit. Sogar vor Österreich-Schweiz. Österreich-Schweiz jeweils über 2000. Nee, warte mal. Schwachsinn. Österreich-Schweiz über 2000. Das ist natürlich dann... Ja, also 4000. Da haben wir sie alle rausgehört. Habt ihr den Moment auch erkannt eben im Podcast? Acht in Lettland. Acht in... Sechs in Litauen. Ukraine sechs. Serbien sieben. Kroatien Urlaub 56. Und jetzt UK 552 auf der Insel. Da sind einige auch drüben. Und 60 aus Irland. Spanien 200. Also die Statistik ist der Hammer. Ich würde sagen, einmal im Jahr gehen wir mal da durch. Das ist schon ziemlich spannend. Ja, fand ich gut. Ja, haben wir hier alle? Griechenland 45 ist Urlaub. Das ist Urlaub. Boah. Jani, deine Top 3 Urlaubsländer. Ich bin noch nicht so viel durch die Welt gekommen. Oder Urlaubsregion. Ja. Meine Eltern sind richtige Ossis und in meiner Kindheit war es Dänemark und Ostsee und Erzgebirge. Mehr habe ich nicht kennengelernt. Wir sind nie geflogen. Mittlerweile kann ich da nicht viel sagen zu. Platz 1 wäre für mich USA. War geil. Wir hatten da ja mal diese Rundtour von Minneapolis rüber. Zwei Tage Yellowstone. Kanadische Grenze zurück über Mount Washmore. Also ich habe den mittleren Westen gesehen. Sagen wir mal. Ziemlich geil. Ähm... Denn die nordischen Länder. Norwegen und Schweden haben es mir ja schon angetan. Griechenland war aber auch geil. Aber ich darf nur drei, ne? Dann nehme ich einmal noch Norwegen und einmal Griechenland. Und was wären so deine Top 3 Urlaubsziele? Äh... nochmal USA-Ostküste würde ich gerne sehen. Ich würde gerne Asien, Japan sehen. Und... Das war es eigentlich. Ansonsten nur Europa. Portugal würde ich mir mal gerne angucken. Ich würde mal gerne, ähm... Griechenland war auch geil. Wir waren in Split gewesen. Sehr schöne Stadt. Ja, aber ich würde mir dann so... Aber zum Beispiel Portugal jetzt nicht zwei Wochen irgendwie. Sondern einfach mal ein paar Tage da an der Küste lang. Dann wieder weiter nach Spanien. Dann vielleicht rüber nach Italien. Irgendwie so dann... Ja. Ich könnte mir auch so eine Camper-Tour vorstellen. Mit so einem großen, umgebauten Mercedes Sprinter oder so. Mhm. Von Spanien rüber nach Italien hört sich erstmal sehr kurz an. Ist aber echt. Als wenn da eine Grenze... Als wenn da eine Grenze aneinander grenzt. Ja, ist so. Nee, Span... Ach nee, das ist ja Frankreich dazwischen. Ja, ja. Alles gut. Ja, nur das kleine Frankreich. Nur das kleine Frankreich, wo du noch durch musst. Den Schlenker. Obwohl du, wenn du direkt übers Wasser fährst, kommst du Richtung Malle. Ja, direkt übers Wasser fährst mit deinem Camper. Ja, natürlich. Es gibt Safe, da habe ich mir sicher eine Fähre rüber. Ja, glaube ich auch. Aber die könnte auch ein paar Tage brauchen. Ja. Und bei dir? Deine Top-Urlaubsziele und wo du schon warst? Also beides eigentlich? Wo du hin möchtest und warst? Wo ich gerne hin möchte, wenn man nach Südafrika, glaube ich, ist nochmal ein bisschen was zu entdecken. Da hast du... Da hast du... Und kann ganz schön sein. 173 Leute, die vielleicht dich einladen können. Ja. USA, denke ich, hat viele Sehenswürdigkeiten. Über den Yellowstone, so wie du gesagt hast. Ja, Grand Canyon, glaube ich, kann man sich mal angucken. Dann Arizona, glaube ich, ist auch ganz schick. Wegen den Cardinals? Das ist einfach traurig. Aber wenn man einfach so ein bisschen auf diese Landschaft steht mit diesen riesen Wüstenbergen und so, also mit diesen riesen Gebirgen und dann Wüste und so, glaube ich, ist das interessant. Also ich glaube, USA hat sehr, sehr viel schöne. Florida, Everglades, glaube ich, kann man sich auch ganz gut angucken. Und dann, ich glaube, Island. Oh. Ich bin so ein Landschaftstyp. Aber ich glaube, da ist doch, naja, brauchst du auch keine zwei Wochen, oder? Nee. Man muss ein bisschen mit Ponys rumreiten, dann kriegst du die Zeit auch vertrieben. Wurf ein Pony. Aber ich glaube, ja, und meine Top-3-Ziele, ich war bis jetzt immer sehr viel nur in warmen Regionen unterwegs, weil wir ja na, wir hatten ja Biogasttiere, deswegen ging eigentlich nur Reisen im tiefsten Winter und dann sind wir halt sehr weit geflogen. Und da muss ich dir sagen, Mauritius ist nach wie vor schön. Also Platz 3 ist Mauritius. Platz 2 würde ich aber fast sagen, ist Norwegen. Mit der AIDA sind wir da gefahren, also weil es einfach traumhafter ist, so mit den Fjorden und so. Und Platz 1, würde ich, ich glaube, wenn es nur so um ich glaube, ich würde sagen, sind es Malediven. Weil das ist schon schön da. Ist schon schön da. Aber du musst aber auch was mit dir anzufangen müssen. Wollte ich gerade sagen. Da ist ja nichts. Du bist halt auf der Insel, ne? Jo, das ist so. Und je nachdem, wie groß die ist, kannst du die auch in 10 Minuten einmal umwandeln. Aber es ist halt wirklich schneeweißer Strand, palmklares Wasser. Ist schon schön. Ist schon schön da. Aber wo ich Bock drauf hätte, wäre auch so Wasser, also am Wasser, egal wo, ob jetzt Italien, Spanien, Portugal oder so. Und dann mit dem Schiff so ein bisschen langtuckern an einer Küste. Hätte ich auch Lust drauf. Und dann... Man kann es ja mit AIDA... Nee, nee, nee. Kleines Schiff. Also jetzt wirklich, entweder fahre ich das selber oder halt irgendwie mit einem Skipper. Und wenn du Bock hast, da einfach an, den Anker zu werfen, wirfst einen Anker und gehst an Land. Kleines Städtchen, also ein kleines Fischerdorf siehst du oder so, hältst da an. Da habe ich schon Lust drauf. Ich bin aber auch kein Mensch, der seekrank wird. Also im Gegensatz zu Motion Sickness hier mit VR-Brille ist ich nicht seekrank. Zum Glück. Nee, seekrank werde ich auch nicht. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also so wochenlang auf dem Wasser und so, weil du kommst ja mit diesen kleinen Schiffchen und Booten nicht so richtig voran. Ja. Hätte ich aber auch nicht so richtig voran. Doch, schön an der Küste da lang. Schon geil. Brauchst halt auf dem Boot brauchst du halt immer Zeit, ne? Das ist halt das, was du auf jeden Fall... Ja, du hast ja dann auch Zeit. Was machst du denn die ganze Zeit? Landschaft, sich mal selbst finden. Ja, der musste aber alleine sein und nicht zwei Kinder mit auf dem Boot haben. Papa, Papa. Boah, die ganze Zeit überlege ich mal, da hast du nichts zu spielen und dann fährst du noch drei Tage nur auf dem Wasser. Du hast Seile bei... Seile und Klebeband. Also wenn es darum geht, mal selbst zu finden, dann bin ich, glaube ich, eher so ein Typ, der irgendwie wandert oder Fahrrad fährt irgendwie durch die Region. Also ich muss mich bewegen, Jani. Das geht sonst nicht. Ich halte mich selbst nicht aus. Dann gibt es für dich ein Segelboot, hast genug zu tun. Na, was ist denn mit einem... Wie heißen die Dinger, wo man so tritt? Wie heißt die? Na, Tretboot. Tretboot mit Segel. Hannes, was hast du heute noch schöner? Ansonsten hätte ich noch eine Statistik. Du, wir sind mit Freunden... Wir treffen uns mit Freunden, die wir einmal im Jahr sehen. Heute. Heute. Ist lang geplant und ich glaube, ich kann auch dem ganzen teilnehmen. Letztes Jahr musste ich dreschen an dem Tag. Da war nur Lisa alleine. Jetzt nieselt das schon wieder. Ja. Also ich meine, da wo ich dreschen könnte, also ich hänge ja über eine Woche auf dem Lohn fest. Ich habe letzten Sonntag den letzten Druschtag gehabt. Überleg dir mal. Ich habe jetzt sechs Tage, steht der Drescher still. Nee, da hätte ich ein bisschen mehr geschafft. Und dann sind die Leute auch immer so geil in den Videos und so. Wenn du einfach mal rumfährst mit einem Drescher und guckst, ob Flächenreif sind, weil Druschwetter ist und dann so, ja, warum stresst du dich denn so? Mach doch keinen Stress und ist doch noch ewig Zeit. Ja, du bist ja immer nicht ewig Zeit. Du weißt ja nie, wie rum du hinten rauskommst. Guck mal, und jetzt so, nehmt dir eine Woche, nimmt dir das Wetter als Druschzeit weg. Also wie schnell die Zeit wegrennt. Guck mal, wir haben jetzt Ende Juli mit einem. Du, in drei Wochen kommt der Raps. Ja, genau, das ist es. Und ich habe noch 400 Hektar. Hast du noch Rapsflächen, die nicht frei sind? Aktuell? Äh, ein ganz bisschen. Ja, hier 14 Hektar. Ja, ich habe auch noch 7 Hektar, da steht noch Tridikale drauf. Den Rest haben wir geschafft jetzt letzte Woche, Bodenbearbeitung gut hinterher, also Stoppelsturz haben wir geschafft. Wir sind bis ran jetzt, aber wir haben noch 250 Hektar stehen aktuell insgesamt. Ja, ich muss ja noch strippen, aber ich kann ja auch notfalls strippen eine Stunde vorm Raps. Also, das geht ja. Stroh macht ja kein Problem an deiner Einzelkorn, oder? Nee, wir haben Räumsterne drin. Ja, wunderbar. Aber wir wollen mal gucken, haben es jetzt einmal gescheibt, einmal den Roggen aufkeimen lassen, mal wieder nach Roggenraps machen und dann kommst du aber bald vorbei. Hm. Hast du schon Lust? Hm. Nehmen wir denn abends doch mal einen Abend in Berlin essen zusammen? Nee, wir fahren 24-7 das Ding, wir lassen das gar nicht ausgehen. Und wenn wir fertig sind, dann können wir essen gehen. Dann fährt die weiter, dann müssen wir bei Andi Raps legen. Da seht ihr mal, wisst ihr, ich will so ein bisschen diese, Hannes ist nur für das Arbeiten da, ich will das Soziale und unsere Beziehung ein bisschen stärken und so, und da habt ihr gerade den Korb mitbekommen. Den kriege ich täglich. Da können wir auch bei dem Trecker sitzen und uns anhimmeln, Janni, aber wir müssen was schaffen, schaffen, schaffen. Das sind 187 Hektar bei mir, das hauen wir in zwei Tagen weg. Ja, aber insgesamt sind es ja 1000. Ja, bei dir. Aber wir können noch einen Abend, nee, ich frage nicht, ich habe gerade einen Korb von dir bekommen, das lassen wir jetzt auch sein. Leck mich doch am Arsch. Mach doch dein Ding da. Ach, wir können ja mal Nadine noch mal zu Rate holen, was die dazu sagt, aber die sagt dann, ja, Hannes will wehst was schaffen. Nee, die sagt, du kannst ja wohl mit deinem Kumpel ja mal was essen gehen. Ja. Können wir die nachher mal dazu befragen? können wir gerne machen, rufen wir an. Aber die pennen, glaube ich, noch. Das ist auch früher am Morgen, das Wochenende. Einfach wach machen und aus Bett zählen. Komm mal hoch, komm mal hoch, wir müssen heute sprechen. Ist wichtig. Janni, lass uns doch mal, du hast ja jetzt im Stream eine wunderbare Tabelle angefertigt. Ja, ich habe was ausgearbeitet. Und zwar eine kunterbunte, ich schicke dir die mal rüber, dann kannst du mit rauf gucken. Einen Moment, Leute. Kann man hier im Discord auch Excel-Dateien? Glasfasermax macht jetzt hier einen kurzen Cut. Ich habe eine Excel-Tabelle erstellt. Die geht. Oh, wie schön. Wie schön. Ja, danke. Ich habe mir Mühe gegeben. Aber du siehst viele Lücken an die Saatenhäuser. Wir haben ja so einen Blödsinn da ins Leben gerufen, muss man ja sagen. Mit den ganzen, wir wollen die Top-Saaten küren. Jetzt sage ich, weil das untergegangen ist. Sag es richtig, wir wollen den besten Neuzulassungssamen von 2024 küren. Von den Saatenzüchtern, die zugelassen wurden. Genau. Aber das war ja ein bisschen, du hattest zum Beispiel von Rapppool und LG und von IG bekommen. Ich hatte von Syngenta, Saatenunion KWS bekommen. Und um das alles mal so ein bisschen zu bündeln, weil ich den Überblick verloren habe, und ich denke, du auch, habe ich eine Excel-Tabelle gemacht, wo ich einfach Marongen, Weizen, Raps, Tridikale, Gerste, Mais, Zuckerrübe, Erbse, Ackerbohne und Soja mit drin habe. Jetzt siehst du da aber sehr, sehr viele Lücken. Also finde ich jetzt. Du hast beim Mais den Lupolino falsch reingeschrieben. Bei der KWS kommt er nicht? Der ist ein Raps gewesen. Lupolino ist ein Mais. Der Alpha Mais. Der Alpha Raps? Nein, der Alpha Mais. Der Vamos war der Raps. Ja? Jetzt bring mich nicht durcheinander. Die KWS-Damen haben nochmal geschrieben und bestätigt. Haben wir gar nicht im Livestream drüber geredet. Nein. Warte ganz kurz. Ich habe von KWS eine Nachricht bekommen. Einen Moment. Und zwar. Du hast recht. Du hast recht. Das ist eine Mais-Sorte. Ja, ja. Stimmt. Mir war so, als wenn das ein Raps war. Und zwar Janni und Hannes. Finde ich gut, dass das so. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr in eurer Vorlesung folgt. Warum heißt es denn nicht Janni und Hanni? Ja, weiß ich nicht. Warum bist du denn verniedlicht? Ich aber nicht. Da war ich süß bin, Kappa. Ja, weil du der Lehrer bist, weißt du. Bei dir hat man Angst, sowas zu machen. Weil dann kommt wieder, wie können die mich denn so versüßen und so. Das habe ich denen gar nicht erlaubt. Das stimmt. Gabi, noch nie gemacht. Als würde ich ständig den Zeigefinger heben. Ja, ist so. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr in eurer vorletzten Folge so ausführlich über unsere Nachricht gesprochen habt. Um erstmal die wichtigste Frage zu beantworten. Ja, das KWS-Social-Media-Team ist weiblich. In diesem Sinne beste Grüße von Anna. Jetzt bloß die falsch aussprechen. Marie und Maurizia. Ich habe es richtig ausgesprochen. Oh, sogar drei. Maurizia, genau. Drei. Und jetzt eine kurze Stellungsnahme zu KWS-Lupolino. Unsere Sortennamen enden ja nach Kulturart auf vorgegebener Endung. Im Mais ist es das O. Also müssten ja alle Mais-Sorten auf O enden, ne? Aber das stimmt nicht. Die hatten mal zum Beispiel ein Athlet das. Und deswegen heißt du Hannes und nicht Hanni. Ja. Sie können das doch nicht sagen. Mädels, wir haben es gerade geklärt. Wir haben jetzt gerade geklärt, warum er Hannes heißt. Also, der Sortenname wurde von Lupus, dem Wolf, inspiriert und soll die Stärke und Robustheit unserer neuen Alpha-Mais-Sorte stehen. Ansonsten freut es uns, dass euch der Vamos und Empor gefallen hat. Säckchen, Fragen, Notiert, blablabla. Wir sind gespannt. Ja, so. Ist das erstmal geklärt, Leute. Und jetzt habe ich das halt meine Statistik gepackt. Jetzt ist mir aber aufgefallen, als Beispiel jetzt, dass das beim Mais jetzt auch nur zwei... Also, es gibt viele Namen von der IG-Pflanzenzucht. Aber dann nur den Lupolino. Und ich weiß nicht, hat Saatenunion, Syngenta, kein Mais? Ich glaube, haben sie... Aber eigentlich haben wir ja gesagt... Ja, ja, in einer neuen Zulassung. Weil wir machen nur Kulturen, die wir auch selber anbauen. Und da du ja zum Beispiel kein Mais anbaust, würde ich sagen, die Kategorie Mais geht raus und auch Kategorie Erkkerbohne geht auch raus. Da muss Soja aber auch rausfliegen. Soja geht auch raus? Genau. Zuckerrübe muss auch raus? Ja. Ja, da hast du recht. Also nur, was wir beide anbauen. Das heißt, eine Gerste... Ja, na klar, weil die Gewinner bekommen doch den Anbau von uns. Ja, das stimmt. Wir müssen uns jetzt dann damit aber dann langsam beeilen. Deswegen will ich es heute auch noch mit reinnehmen in die Folge. Weil das ist alles... Wenn wir jetzt Richtung Raps denken, man hat seinen Anbauplan fertig, man unterhält sich schon wegen den ersten Sorten und dann ist das natürlich doof, ne? Mhm. Gut, notfalls packt man sich was weg fürs nächste Jahr, aber muss ja nicht sein. Dann... Ne, muss ja nicht sein. Also ich würde jetzt sagen, die Leute können vielleicht noch bei Erbse was... KWS wird vielleicht eine Erbse neu zugelassen haben. Rapul, glaube ich, hat nur Raps. IG hat geschickt. Saatenunion könnte noch eine Erbse haben. Ja. Also falls ihr zuhört und habt da noch irgendwie was, weil bis jetzt steht von LG die Corvette bei Erbse alleine da, muss man sagen. Also da ist nichts weiter. Und irgendwie würde ich das doof finden. Also wenn ihr da noch was habt, vielleicht einfach um noch ein paar Namen reinzubekommen, ähm, wäre es ganz cool. Ich sag mal, bei Mais haben wir jetzt einige Namen. Ach so, der fliegt ja raus, hast du gesagt. Bei der Gerste haben wir jetzt von LG den Callista und von Syngenta den Coliseo und den Zumba. Ich weiß nicht, KWS noch eine Gerste. Die haben definitiv, ich hab schon nachgeguckt, die haben zwei Neuzulassungen, auch KWS jetzt. Könnte ja sein. Saatenunion hat definitiv auch irgendwas. Das war da einfach... IG weiß ich nicht, aber bestimmt, oder? Dass wir da vielleicht noch was reinbekommen. Wäre super cool. Einfach mit reinschreiben, dann können wir unsere Statistik nämlich füllen. Ähm, genauso sieht's bei der Tridikale ziemlich mau aus. Da haben wir nur den Promisso von Syngenta und von IG den Fantastico und die Remias. Beim Raps sieht's eigentlich gar nicht so schlecht aus, weil da hat die KWS den Vamos, Rapppool den Famolus, den Aberdin bei LG und den Picoletta bei Syngenta. Da ist schon mal ganz cool, weil da hat man dann wirklich mal vier Stück zur Auswahl. Beim Weizen sieht's auch gar nicht... Obwohl, ja, Weizen wäre von KWS vielleicht auch noch ganz cool. Syngenta hat definitiv auch noch einen Weizen am Start. Und vielleicht bringt Rapppool auch beim Raps noch, weil sie ja rein Raps da sind, vielleicht noch eine zweite Sorte. Vielleicht, wenn ihr da Lust habt. Wenn nicht, ist okay. Und beim Roggen finde ich's noch super mau. Den Empor und den Erling. Ja, Roggen ist auch so, die anderen... Rapppool hat kein Roggen, IG hat kein Roggen, Syngenta weiß ich nicht, IG hat auch kein Roggen. Syngenta hat Saatgut, Wintertredikale, Raugerste, Hybridgerste, Raps, die haben kein Roggen. Aber ich kann dir jetzt mal meine Favoriten nennen bis jetzt. Ja, gerne. Aber nee, willst du das jetzt schon? Nee, ist doch doof. Ja, ich will da mal drüber reden. Dann mach bitte. Und zwar ist es den Magnetron. Wo war denn der da? Den Namen finde ich stark. Ja. Magnetron. Ja. Ich find den Kermit stark. Mit dem Hintergrund, weil der so quietschgrün ist. Der sieht wirklich aus wie Kermit. Und ich find Empor stark, weil er sticht Empor. Ja. Ich find den Wammers stark. Aber gleichzeitig, Picoletta find ich auch super stark. Da denk ich so ein bisschen an Dragon Ball und an meine Jugend. Weißt du? Ja, aber dafür ist ja mir... Picoletta hört sich fast dann wieder zu niedlich an. Ja. Ja, vielleicht. Ich weiß, dass zum Beispiel auch KWS in der Gerste zwei starke Sorten hat. Also vom Namen her. Ich hab nämlich mal mit dem Livestream, als wir den... Ich hab im Livestream diese Excel-Tabelle gebastelt. Und da hab ich mit denen mal reingeschnökert, was die noch so für schöne Namen haben. Und der lustigste Name... Ach, No Front. Ich hoffe, das ist keine Kritik. Und das wird nicht als Kritik angesehen. Aber bei IG, da guckst du dir mal an den... Wo war denn der, Alter? Hier. Kannst du den lesen? Die Nummer acht hier? Willcox. Willcox. Wann? Wann? Der ist schon ganz witzig. Aber witzig ist doch zum Beispiel, IG hat eine Goldmarie. Okay. Weil ich meinte letztens irgendwie sogar noch im Stream... Was ist das? Also... Eine Gerste. Eine Gerste. Ich meinte letztens sogar noch im Stream, die Gerste sieht immer so goldig aus, dass noch keiner irgendwas mit Gold im Namen gemacht hat. Und dann haben die Zuschauer auch geschrieben, doch, IG hat jetzt ab dieses Jahr Goldmarie. Aber kann man... Ja, der heißt aber nicht Willcock, Janni. Der heißt Willcox. Wann? Deswegen bist du Hannes und nicht Hanni. Ja. Aber kann man Willcox nach Goldmarie stellen? Nee, Willcox nach Goldmarie, glaube ich, verträgt sich nicht. Okay. Dann war es ja geklärt. So, ich mache wieder Statistik zu. Aber ich finde Spielnetto eigentlich auch ganz witzig. Ja. Jetzt sehe ich dich nämlich wieder. Ich habe dich vorher nicht gesehen. Durch die Statistik. Der steht sogar bei mir. Spielnetto. Okay. Oh, ich nehme noch auf, Alter. Jetzt habe ich gerade geschwitzt, dass die Tonspur weg ist. Oh. Ja. Also, falls er das hört und irgendwie wollte er noch ein, zwei Namen mit reinwerfen, macht das. Würde mich freuen, weil dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Konkurrenz so insgesamt und ein bisschen mehr zum Blödequatschen. Und ich würde aber auch sagen, nächsten Podcast entscheiden wir uns. Müssen wir dann langsam auch. Wir gucken mal. Wir wollen ja jetzt keinen Druck aufbauen von der Zeit her, aber wir müssen. Weil übernächsten ist ja schon kurz vor der Rapsaussaat. Ist ja schon eine Woche davor, dann. Oh, scheiße, Alter. Wie die Zeit schon. Oder wir küren dann erstmal nur den Raps. Können wir, obwohl nicht alles zusammen, ne? Nee, wir machen noch einen einzigen Namen. Ja. Ja, nee. Oder wolltest du jetzt aus jeder Kategorie einen Namen küren? Eigentlich schon. Nee. Einen einzigen Namen haben wir gesagt. Okay. Ist auch sonst alles zu viel. Ja, das stimmt. Wir haben ja gesagt, der Gewinner hat sich den Anbau bei uns. Ja, 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 ja. Wir können doch nicht fünf, sechs, sieben verschiedene. Dann hat natürlich schon ein Raps gewonnen. Aber wir brauchen Roggenweizengäste, würden wir auch brauchen. Oh. Mein Anbauplan sagt ja. Also von daher. Und da muss man natürlich gucken, aber die Verfügbarkeit beim Landhandel. Aber es gibt ja mittlerweile exklusive Sorten beim Landhandel. Wusste ich gar nicht. Ja, die handelt sich da nicht. Da habe ich letztens mit ATR drüber, also mit einem Außendienstler von ATR drüber gesprochen, dass es da wirklich Sorten gibt, die gibt es nur bei dem Landhandel, dann gibt es eine Sorte, die gibt es nur bei denen. So ein bisschen Exklusivität schaffen, ne? Hm. Weiß ich nicht, aber aus Sicht des Kundens finde ich jetzt nicht so geil. Wenn ich eine bestimmte Sorte mir ausgesucht habe, bam, dann will ich die beim Händler anrufen und will sagen, schick mir die mal. Und dann will ich nicht hören, oh, die haben wir nicht, die gibt es nur exklusiv da und da. Genau. Sehe ich eigentlich genauso. Also das, ich muss auch sagen, dass mein, ja, ich verkaufe immer viel zu einem Landhandel, weil der die besseren Preise hat. Ich kaufe aber über einen anderen Landhandel, weil der da wieder bessere Preise hat. Also ich, ja, ich mache jetzt nicht alles mit einem, aber ich habe letztendlich auch nur zwei Häuser, mit denen ich zusammenarbeite. Mal drei, wenn es um Dünger geht, weil der einfach ein Düngelager hier um eine Ecke hat. Ich muss dir sagen, ich bin jetzt die letzten zwei Jahre tatsächlich bei einem einzigen. Nee, letztes Jahr habe ich noch woanders gekauft, ein bisschen, aber dieses Jahr auch wirklich nur bei einem einzigen und habe auch wirklich gute Preise gekriegt dadurch und habe jetzt aber auch letztes Jahr schon und dieses Jahr auch, wenn es mal so ein bisschen kneift bei den Qualitäten. Also ich habe ja zum Beispiel beim Weizen ist es dieses Jahr Hektoliter bei mir. Ich habe sonst gute Qualitäten, Protein und Fallzahl und Hektoliter gar nicht gut. Und da sind die tatsächlich so fair und sagen, okay, dann kriegst du A und B mit Abzügen, aber es ist jetzt nicht dadurch gleich Futter. Das ist geil. Von den Werten wäre es direkt Futter, nur wegen dem Wert. Ja, ja, klar, definitiv. Also es sind jetzt nicht alle Partien und das hatte ich letztes Jahr zum Beispiel auch so mit der Fallzahl. Ich glaube 230 ist die Grenze von A oder mit B, ich weiß jetzt nicht genau. Aber selbst wenn es 220 war, haben die gesagt, okay, du, wir geben dir noch die bessere Qualität, Protein und so ist ja da. Ganz im Gegenteil zum Beispiel ein anderes Warenhaus, wo ich letztes Jahr hingeliefert habe. Da war das dann um einen Punkt zu tief. Und dann war es zack, war es Futter. Und dann ließ man auch nicht mehr mit sich reden. Ist bei mir genauso. Also das, ja, da hatten wir dieses Jahr auch ein bisschen Trouble gehabt. Aber reden wir mal nächstes Jahr drüber. Wir machen jetzt Feierabend. Abgenickt, Janni. Abgenickt. Wir machen jetzt Feierabend. Ich muss einkaufen. Wir wollen grillen heute. Wir wollen heute im Regen stehen und grillen. Heute Abend soll doch kein Regen mehr kommen, oder? Doch, bei mir soll den ganzen Tag durchregnen bis morgen durch, gefühlt. Bei mir hört das heute nicht mehr auf. Ist aber auch nicht so schlimm. Dann ist es jetzt mal Pause. Wenn das Wetter stimmt, müssten wir in der nächsten Woche fast fertig werden. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen was auf Lohn bekommen. 30 Hektar beim Nachbarbetrieb. Rongen, Tridikale, Sommerweizen, Winterweizen und Hafer auf 30 Hektar verteilt. Aber das Geile ist, alles nebeneinander. Und alles innerhalb von einem Kilometer. Geil. Freue mich drauf. Und dann halt noch 250 bei mir. Dann haben wir es geschafft. Aber man muss dazu sagen, ich komme jetzt in die ganzen Sandbüchsen rein. Also die ganzen, zum Beispiel auch von der Sorte her. Wir haben ja dann auf dem 20er Boden nicht den Hybridroggen stehen, sondern den Populationsroggen. Wir werden natürlich jetzt kein, also wir waren gestern bei um die 8,5 Tonnen, die wir geerntet haben. Stand richtig stark da der Roggen. Für unsere Verhältnisse. Leute jetzt mit besserem Boden lachen sich wieder tot, aber ist egal. Die bauen gar keinen Roggen. Aber Leute mit besserem Boden haben keinen Roggen im Anbau. Ja, wollte gerade sagen. Ich werde jetzt natürlich in Gebiete reinkommen, wo wir eher 4 Tonnen ernten. 3,5, 4, 5 Tonnen irgendwie. So in dem Rahmen wird sich das dann abspielen. Dann habe ich nochmal einen richtig schönen 53 Hektar Schlag Weizen. Aber da müssen wir mal gucken dann. Ob er B jetzt mit dem ganzen Regen überhaupt noch. Ja, so schnell geht die Fallzahl aber nicht runter. Na, also wenn die da nicht gestern beprobt haben. Ich hatte vorher 300er Fallzahlen im Roggen. Habe gestern abgegeben mit 160 nach einem Regen. Ich bin aber der Meinung, dass die nicht neu beprobt haben. Müssten sie aber eigentlich. So schnell geht es hier nicht weg. Bin ich auch der Meinung. Aber ist das, was ich auf dem Zettel gestern gelesen habe. Wo ich noch zu Jens gemeint habe, kann doch nicht sein, dass das jetzt nur noch 160 hat. Das hat einmal 10 Liter gegeben. Nee, so schnell geht es hier nicht weg. Da muss ja kein Prozess in der Pflanze, also im Korn, dafür in Gang kommen, quasi, damit die runter geht. Und ja, Chauer haben Auswirkungen, aber eher so richtig lange, nasse Tage. Und die hast du nicht. Die haben wir heute. Also sowas wie heute hier. Genau. Den ganzen Tag steht das Korn unter Wasser. Oder steht im Wasser. Das hat richtig Auswirkungen auf die Fallz. Aber mhm. Mhm. Ich sage mal, bei 300 war das so. Och, hast du Platz. Lass mal regnen. Aber bei 160 zu 120 ist schon wieder... Ja, das ist schon wieder eng. Ich meine, ich habe teilweise mit 440 abgegeben, den Weizen. Im Weizen, ja. Im Weizen hatten wir auch über 300. Aber im Roggen. Da rede ich gerade von. Na, wir gucken mal. Jetzt soll ja ein bisschen wärmer werden. Ich hoffe, ich bin ab morgen spätestens wieder am Dreschen. Ich brauche da noch zwei, drei Tage. Und dann komme ich auch wieder nach Hause. Und dann, ja, dann geht es bei mir auch wieder voran. Wir brauchen Sechse noch, hochgerechnet. So sechs Tage. Ja, bei 400 Hektar, denke ich, brauche ich immer noch mindestens zehn Tage, wenn es gut läuft. Mhm. Aber du hast jetzt auch diese Woche zum Beispiel deutlich mehr Druschtage. Also du hattest ja welche. Ich hatte gar keine. Ja, aber ein Feld bin jetzt noch dreimal angetanzt. Wegen 27 Hektar. Weil es immer wieder... Und gestern haben wir es dann mit 14,8 Prozent runtergehauen. Und dann haben wir Feierabend gemacht. Habe ich dir auch geschrieben, Janni. Ich habe gesagt, Janni, fahr nach Hause. Heute ist kein Tag zum Arbeiten. War auch nicht so. Leute, das ist jetzt ein Tag für Wochenende. Vielen lieben Dank fürs Hören bisher. Du wolltest noch weiterreden. Nee, ich dachte, wir sind ein Team. Aber deswegen ist der Hannes und ich, Janni. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.